Laura Müllers Schwangerschaft neigt sich wohl dem Ende zu. 2018 lernt die damals 18-Jährige den Schlagerstar Michael Wendler kennen und lieben. Bereits ein Jahr später zieht das Paar gemeinsam nach Florida. Dort läuten wenig später auch die Hochzeitsglocken. Im Februar dieses Jahres sorgen die beiden mit einer Bekanntgabe für den absoluten Hammer. Die Wendlers erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Verkündung vermarktet die 22-Jährige ihre Schwangerschaft auf anzügliche Art im Netz. Nun sieht es ganz danach aus, als ob das Baby schon bald kommt. Denn die werdende Mama macht ihren Bewunderern auf Onlyfans ein letztes Angebot. Letzte Chance, letztes Video. Mein letztes Video zum Ende meiner Schwangerschaft ist nur noch für kurze Zeit verfügbar. Ob Laura ihren Babybauch nun im Netz präsentiert oder nicht, Die Hauptsache ist wohl, dass das Kind gesund zur Welt kommt.